Ahoi, liebe Camping-Freunde zu einem neuen Video von unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir haben, nicht wir, Schwiererländern, ganz wichtige Post bekommen. Ja, die sieht sehr wichtig aus. Vom Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Und um was es da drin geht, sehen wir nach dem Intro. Wir beide waren stark überrascht, wo dieses gelbe Schreiben auf einmal kam. Was ist das denn? Jetzt sind wir ja selbst persönlich nicht betroffen, aber Schwiererländern. Denn das ist auch Schreiben hier, Knaustabat, ihr lest das auch schön, wichtige Informationen. Jetzt muss ich gucken, da ist auch noch ein Rückrufaktionsnummer drinnen. Ja, das ist vom Kraftfahrtbundesamt, das ist registriert natürlich, also was sehr Offizielles. Und genaueres, es handelt sich hier um Teile, die gegebenenfalls sich von der Karosserie lösen könnten. Genau, also die Beschreibung beim KBA heißt Verlust von Verkleidungsteilen der Besen, sogenannte Fender, in den Verkehrsraum. Genau, und die Fender, das sind im Prinzip die Teile, wo das Grundfahrzeug, also der Fiat oder was auch immer, dort dran ist. Im Prinzip zum Aufbau hin gibt es so ein bisschen so kleine Kunststoffteile. Die sieht man im Prinzip bei der Tankklappe auch ganz gut. Da rechts neben der Tankklappe, dann ist im Prinzip so ein längliches Teil und die soll man wohl verlieren. Und im schlimmsten Fall kommt das natürlich zu Verkehrsproblemen, Verletzungen von Personen oder Todesfällen vielleicht sogar, wenn jemand das um die Ohren kriegt. Ja, also mit dem zu spaßen ist es auf jeden Fall nicht. Genau, also hier steht es ganz offiziell. Das haben jetzt auch sehr, sehr viele bekommen. Wir sind ja im Weinsberg-Pepper-Forum bei Facebook und da haben wir es auch nachgelesen. Bei ihrem Fahrzeug handelt es sich um ein sogenannten teilintegriertes Reisemobil, bei welchem im Bereich der B-Säule die Stahlkarosserie der Fahrerkabine mit dem Wohnaufbau verbunden ist. Der Übergang von der Fahrerkabine zum breiteren Wohnaufbau wird sowohl als Fahrer als auch als Beifahrer durch eine Kunststoffverkleidung in den sogenannten Fender abgedeckt. Und im Rahmen unserer Produktbeobachtung haben wir festgestellt, dass sich der Fender vom Fahrzeug lösen kann. Dies geschieht während der Fahrt oder geschieht dies während der Fahrt, kann es zur Gefährdung des Straßenverkehrs bis hin zu Verkehrsunfällen mit Verletzungen und Todesfolge für Verkehrsteilnehmer kommen. Da ist es zwingend erfolgreich, die Befestigung des Fenders zu ersetzen. Und warum ist das jetzt vom Kraftfahrtbundesamt? Ihre Anschrift haben wir für die Durchführung dieser Maßnahmen gemäß § 835 Absatz 2 Nummer 1 des Straßenverkehrsgesetz vom Kraftfahrtbundesamt. Wieso bin ich hier? Ich wollte nur mal, dass du dich auch ein bisschen zu sehen bist. Hallo! Ein Mittel, wir haben mit dem KBA vereinbart, dass diese Scheibe vom KBA versandt wird. Genau, denn die haben schließlich auch die Anmeldung und so weiter. Das ist also keine Riesensache. Wir müssen halt hin zu Weinsberg, die müssen da nochmal was machen, die müssen das im Prinzip neu befestigen und dann wird das Ganze auch funktionieren. Vielleicht gibt es auch ein neues Teil, was mit einer neuen Befestigung kommt oder sowas, aber das werden wir dann sehen. Jetzt ist natürlich noch interessant, wie viele Fahrzeuge sind denn eigentlich betroffen für diese ganze Aktion? Welches Baujahr, wie viele sind weltweit betroffen und so weiter und so fort, das sagen wir euch jetzt gleich. Ja, eins nach dem anderen gilt es zu klären. Mit was wollen wir anfangen? Welche Fahrzeuge? Als erstes sind wir natürlich erstmal raufgegangen auf KBA, Rückrufaktion der KBA Online. Der Link ist unten in der Videobeschreibung drin, da könnt ihr selber nochmal nachschauen. Vielleicht habt ihr auch ein anderes Fahrzeug, könnt ihr mal sehen. Also ich würde erstmal sagen, das Herstellermarke ist definitiv Weinsberg, Verkaufsbezeichnung ist der, also bringt man KARA Kompakt, KARA Home, KARA Loft, KARA Suit, Main Camp und beim KARA Kompakt ist dann auch die Edition Pepper natürlich mit dabei. Genau, um die Baujahre handelt es sich von 2012 bis 2021. Also das ist schon mal eine ordentliche Spanne, würde ich mal sagen. Also das betrifft einige Fahrzeuge. Ja, das wird schon auch stehen, betroffene Fahrzeuge, weltweit über 27.000 Fahrzeuge sind davon betroffen. Allein in Deutschland vermutlich 20.850 Fahrzeuge. Also da geht einiges natürlich zurück in die Werkstatt. Und ja, dass es sehr wichtig ist, das zeigt im Prinzip das Schreiben des Bundesamts, das wissen wir. Ja, da muss man natürlich drauf aufpassen. Genau. Was momentan glücklicherweise ist, ist bisher alle bekannten Vorfälle mit Sach- oder Personschäden führten zu noch keinem Unfall. Das ist schon mal sehr wichtig. Aber es sind bereits 108 Vorfälle bekannt. Genau. Vielleicht sind es auch sogar mehr. Das weiß man ja nicht so genau, wenn man so einen Teil verliert und man das später erst merkt oder sowas. Aber 108 sind auf jeden Fall dokumentiert. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Ja, und wenn wir jetzt überlegen, oder ich habe nicht überlegt, sondern ich habe einfach mal in dieser Facebook-Gruppe nachgeguckt. Und jetzt gibt es natürlich schon die ersten großen Herausforderungen. Denn du sollst auf die Händlersuche gehen bei Weinsberg und sie sollen das da machen. Ja, und dann werdet ihr wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. Denn es gibt jetzt genug Händler, die sagen, tja, Fahrzeug hast du bei uns nicht gekauft. Pech gehabt. Geh dahin, wo du das Fahrzeug gekauft hast. Würde bei uns bedeuten, wir können nicht in Braunschweig hingehen, sondern wir müssten wahrscheinlich wieder nach Eutin. Und ganz interessant ist es, was ist eigentlich, wenn du das Fahrzeug privat gekauft hast? Da warst du bei keinem Händler. Also das wird gerade zu einer großen Farce werden. Das finde ich persönlich einen großen Imageverlust, den Weinsberg gerade hier betreffen kann. Genau, also wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen. Wir werden einen Termin versuchen beim Händler um die Ecke zu machen. Wenn das nicht klappen sollte, müssen wir gucken, den nächsten Händler vielleicht anzuschreiben oder anzurufen. Darum werden sich meine Eltern kümmern. Und wir werden auf jeden Fall berichten, wie das hier weitergeht. Ob das relativ einfach funktioniert hat oder nicht. Das werdet ihr hier erfahren, natürlich in einem der nächsten Videos. Genau. Für dieses Video soll es einfach gewesen sein. Kurzer Input, was gerade aktuell los ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.